Hallo, mein Name ist Matthias Link und ich bin der angehende Europameister 2017 mit Blue-Eyes-White-Rank-Deck. Die Karte ist so gut, dass sie keiner auf dem Schirm hat. Ich kann es nicht verstehen, ihr so dreimal laubt. Ich spiele sie trotzdem nur einmal. Smuggish-Sturm. Jo, ich bin Schattenspieler und ich habe heute getoppt. Also, zu Beginn, ich spiele dreimal den, Standard. Dreimal den, dreimal den, dreimal den. Dreimal, beste Karte. Standard, dreimal, zu gut. Auch total Standard, dreimal Strike. Auf Meta habe ich keinen Bock. Deswegen spiele ich Ghost Trick. Das ist ein Deck, das spiele ich, weil mir diese kleinen Geister einfach so dermaßen gefällt. Ich finde die so niedlich. Ich bin auch extremer Halloween-Fan, deswegen spiele ich das Deck. Kommen wir zu den Barrieren. Mega geil, kam immer gut. Top-Karte, beste auf jeden Fall. Dann drei tolle, kühne Gier. Einfach super. Ich hatte minimum immer zwei Starthand. Beste Karte. Jo, dann hat man die Steine. Und, ja, die habe ich mir geliehen. Habe ich mir rangeholt, spiele ich sonst nicht. Die auch. Ja, und die auch. Emptiness habe ich mir auch rangeholt. Die zwei Euro. Ja, und magische Störung habe ich mir auch leiden müssen, weil ich die letzten 35 alle weggeschmissen habe. Kommen wir jetzt in den Zauberkarten. Dreimal Topf. Total schlechte Karte. Entweder banishst du alles, was wichtig ist, oder du ziehst einen Topf nach. Einfach scheiße. Ich würde sie rausnehmen. Ja, dann kommen wir zum Side-Deck. Da habe ich dreimal den Cosmo Cyclone. Beste Karte. Die habe ich in jedem Second-Match reingebordet. Nicht einmal gesehen. So, war ja schön das Deck-Profil. Möchtest du zum Schluss noch irgendwas Wichtiges sagen? Ja, also, ist das beste Deck der Zeit, auch wenn ich nur verloren habe. Der Würfelwolf entscheidet, und sonst hätte ich je gewonnen. Hätte ich Topf öfter gezogen, oder einfach mal mein Rageki gezogen. Wenn dir da ***-Soren von Judge nicht so dumme Fehlentscheidungen gemacht hätte, dann hätte ich auch viel öfter gewonnen. Also, eigentlich hätte ich ja gewonnen, wenn der Gegner nicht Rageki getoppt deckt hätte, aber so ist es halt leider nur Top 4. Bis zum nächsten Mal.